Verlieren verboten für das DFB-Team Im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag, ab 20 Uhr im Live-DK, soll für das DFB-Team der erste Sieg bei der WM in Russland her. Auf der Pressekonferenz gab sich Bundestrainer Joachim Löw kämpferisch und glaubt an eine Reaktion seiner Mannschaft. Allerdings muss das DFB-Team den sehr wahrscheinlichen Ausfall von Mats Hummels verkraften. Der Innenverteidiger hat sich am Halswirbel verletzt. Die PK zum Nachlesen im Live-DK, PK ist vorbei das war. Die Pressekonferenz mit Joachim Löw ist vorbei, wie groß ist die Siegwahrscheinlichkeit? Morgen zählt es. Eine Reaktion muss zu sehen sein. Ich gehe davon aus, dass es diese geben wird, komm es in der Startelf. Das könnte sein, gibt sich Löw bedeckt, twitter.com-plettigol-status-10101-680268-540-55936 Es ändert sich nicht in Details, wer ist gefährlich bei Schweden? Man muss vor der Mannschaft warnen, wenn sie gemeinsam auf den Platz gehen, ist das eine verschworene Einheit, das ist ihre große Stärke, Vertrauen in Führungsspieler verloren? Warum sollte das so sein? Jeder unterliegt dem Leistungsgedanken, aber das Vertrauen wird nicht wegen einem Spiel in die Brüche gehen. Einer kann mal auf der Bank sitzen, weil man im Turnier auch mehr als elf Spieler braucht. Warum soll man nach einem Spiel alles in Frage stellen, Özil besonders in der Kritik. Wir müssen nicht über einzelne Spieler reden. Es ist bekannt, was ich von Mesu Özil halte. Wir brauchen alle Offensivspieler, die dem Gegner Probleme bereiten. Das liegt nicht an Einzelnen. Es ist egal, wer spielt, die vorderen Spieler müssen das tun. www.witter.com-plettigol-status-10101-660-488-706-1708 Achtdruck für die FB-Team Die Gegner sind alle top motiviert, den Weltmeister zu schlagen. Es ist nicht leicht, die Gier oben zu halten. Spanien hat es 2014 nicht auf den Platz gebracht. Die Titelverteidigung ist nicht einfach, wir müssen eine Reaktion zeigen. Im Verlauf eines Turniers braucht es auch mal Glück und keine Verletzungen. Probleme gegen defensive Teams Fast immer gegen Teams, die defensiv spielen. Gegen Mexiko war unsere Raumaufteilung in der Offensive schlecht. Eigentlich hat gegen Mexiko fast gar nichts geklappt, in der Offensive und in der Defensive. Mit der Niederlage gegen Mexiko müssen wir nicht alles über den Haufen werden. Wenn die Mannschaft ihre Stärken einsetzt, dann sind wir auch gegen defensive Teams gut? Müssen wir nicht unser ganzes Konzept über den Haufen werfen? Hummels fällt, sehr wahrscheinlich, aus Hiobs Botschaft fürs DFB-Team. Mats Hummels kann das Abschlusstraining nicht absolvieren und auch für das Spiel. Morgen ist Löw nicht wirklich optimistisch, da, solche Dinge über Nacht nicht besser werden. Hummels hat sich am Halswirbel verletzt, twitter.com-plettigol-status-1010163848811302913 Löw voller Optimismus, Mannschaft ist in einem guten Zustand. Niederlage gegen Mexiko wuchs schwer. Wir haben die vielen Fehler analysiert. Wenn wir unsere Stärken ausspielen, Löw über taktische Änderungen. Wir brauchen Energie und andere Körpersprache, wie gegen Mexiko. Es ist eine WM der Leidenschaft. Die Einstellung von Beginn an spielt eine wichtige Rolle. Das ist eine Grundvoraussetzung, Löw kommt der Bundestrainer beantwortet nun die Fragen. Kampfansage an Schweden, morgen wird die Mannschaft gewinnen, die es mehr will. Und das werden wir sein. twitter.com-plettigol-status-1010161867174678529 Das ist eine taktische Maßnahme und für die Taktik ist der Trainer zuständig. Da müssen Sie ihn fragen, Unterschiede zwischen Mexiko und Schweden? Sie werden kompakt stehen, wie die letzten Spiele. Aber vielleicht werden wir wieder überrascht, Stärken von Schweden. Sie sind ein Team und sind immer geschlossen aufgetreten. Das macht sie stark, Weltmeisterfluch als Thema. Wir besinnen uns auf unsere Stärken und wollen das Spiel gewinnen. Dann ist egal, was 2010 passiert ist, Startelf für Gomez. Die Chancen sind 50 zu 50. Es kann aber auch ein Bluff sein, es geht los. Gomez, die Stimmung ist seit gestern um einiges besser. Wir haben gebraucht, um das Spiel zu verarbeiten. Das Spiel gegen Mexiko war ein Brett. Wir fokussieren jetzt auf die neue Aufgabe, sind immer noch eine starke Mannschaft. Müssen die Fähigkeiten gegen Schweden auf den Platz bringen. Wir müssen die Kleinigkeiten besser machen, Hummels fällt eventuell aus. Das wäre ein Rückschlag. Im Gespräch mit der ARD erklärte Joachim Löw, dass Hummels sehr wahrscheinlich ausfalle, da er am Halswirbel verletzt sei. Nur noch wenige Minuten, etwas mehr als fünf Minuten noch. Dann wird Joachim Löw der Presse rede und Antwort stehen. Ausgeglichene Bilanz zwar ist das DFB-Team klar favorisiert, doch die Bilanz in den Duellen mit Schweden ist ausgeglichen. In 38 Duellen konnten beide Teams jeweils 15 Siege erringen. Acht Partien endeten mit einem Römi. Herzlich willkommen, guten Tag zum Sport 1 Live-Gicker zur abschließenden Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Schweden mit Joachim Löw und Mario Gomez. In wenigen Minuten geht es los.